Burkina Faso Burkina Faso liegt in Westafrika. Das bis 1984 Oberwolder genannte Land wird im Westen und Norden von Mali, im Osten vom Niger und im Süden von Benin, Togo, Ghana und der Elfenbeinküste begrenzt. Regionen Samp-Hype-Symbol Maskentänzer vom Stamme der Babaiboni, 2006 Samp-Hype-Symbol Schnitzere, 2007 Zu touristischen Zwecken lässt sich das Land, außerhalb der Hauptstadt, in vier Zonen einteilen. Die französische Regierung spricht seit 2015 von einem 50 bis 60 und traute X00A0. KM breiten Grenzstreifen zu Mali und Niger als Zone Rouge der wegen Entführungsgefahr in jedem Fall gemäden werden sollte. Der Norden, Teil der wüstenähnlichen Sahel-Zone, mit den Städten Urhiguja und Dori. Gourons-Gourons ist Tor zum Sahel, sehr bekannt sein Markt. Der Westen mit den Provinzen um Bobo de Lasso, der zweitgrößten Stadt, schöne Altstadt, angenehmes Klima. Mara-Aux-Hepopotames, gut 60 und traute X00A0. KM nördlich von Bobo ist ein Ramsa-Schutzgebiet für Flusspferde. Im Nordteil ist der Dugu, Richtung Elfenbeinküste Gower. Zentrum mit Kagadugu, Kodugu, Manga und Kaya. Nahe der Grenze ist das Reserve Natsinga, ein von zwei Kanadiern 1979 gegründetes Nachzuchtprogramm für Wildtiere. Hier hat man die beste Möglichkeit Elefanten direkt vor der Hütte zu beobachten. Die UN hat das Reservat verbessert. Man braucht einen Geländewagen. Es wurden die Jäger von den normalen Touristen getrennt. Es ist nicht weit von Tiberle, dem Herz der Kassener mit ihrer berühmten Architektur. Der Caboret Dambi-Nationalpark ist südlich der Hauptstadt. Im Südosten ist Fadan-Gorma eine Provinzhauptstadt an der Straßen nach Niammi. Im Grenzgebiet zu Banin hat man den Nationalpark Ali ausgewiesen. Er ist zusammenhängend mit dem W-Nationalpark, hier leben rund 300 Löwen. Weitere Ziele Sampipe-Symbol-Pix de Sindu Schürs de Emphora gleich Wasserfälle von Café Guéla Im schlecht geschützten Döbales-Nationalpark leben rund 100 der wenigen westafrikanischen Elefanten. Domes de Fabé-Dougou La Unger bei 10 Jahre, Skulpturenpark und das Operndorf Afrika initiiert 2009 von Christoph Schlingensief über das der Filmknistern der Zeit gedreht wurde. Pixasindu Bizarre Felsformationen Ruinen von Loro-Penny, Weltabe seit 2009 Kirchen von Yakyo Ort christlicher Sekten Die Zahl der von einigen Stämmen als heilig verehrten Aasgeier hat als Folge der Vogelgrippe und Wilderei seit 2011 stark abgenommen. Ebenso wurde 2017 die Ausfuhr von Pferden, Kamelen und Eseln untersagt. Die heute letzterer gingen massenhaft nach China zur Herstellung von Medizin. Hintergrund Oberwolter gehörte zu den zahlreichen afrikanischen Staaten, die 1960 ihre Unabhängigkeit erhielten. Erster Präsident wurde Maurice Jamiogo. Er wurde 1966 von Sangul Amisana aus dem Amt geputscht, der dann, ab 1970 als Zivilist, bis 1980, durch die große Dürre in den frühen 1970ern, das Land beherrschte. Es folgten vier weitere Putsche bis das Land 1984 in Burkina Faso umgenannt wurde. Präsident Thomas Sankara war Kommunist. Reihenimpfungen und Aufforstungen sollten dem Volk helfen. Er gilt bis heute als Che Guevara von Burkina. Compaure wurde Präsident, nachdem er Sankara ermordet hat. Als Compaure versuchte die Verfassung für sich als lebenslanger Präsident zu ändern, kam es zur Revolution und Militärputsch. Compaure wurde von dem französischen Militär ins Exil geflogen. Man konnte seine Handlanger verhaften und verurteilen. Einreisebestimmungen Das Visum für Burkina Faso sollte im Vorhinein bei der Botschaft im jeweiligen Land besorgt werden. Die meisten EU-Bürger, Schweizer und Lichtensteiner können am Flughafen in Wagadougou ein 7 bis 21 Tage gültiges, verlängerbares Visum erhalten. Mit 94.000 und Raute X00A0. CFE ist es 2018 etwa doppelt so teuer wie ein in Berlin ausgestelltes. Siehe auch, Liste der Auslandsvertretungen Burkina Fasos. Jagdwaffen bedürfen einer Einfuhrerlaubnis. Zollbestimmungen Freimengen über 15 Jahre 200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 25 Zigarren oder 250 Gramm Tabak Eine Flasche Wein und eine Flasche Schnaps Ein Viertel L Parfüm oder ein halber Liter Kölnisch Wasser Mit dem Flugzeug vom Flughafen Wagadougou gehen täglich Flüge nach Paris. Die Flüge erfolgen selten direkt, sondern meist über Niami, Niger oder über Casablanca, Marokko. Nicht täglich wird auch Brüssel angeflogen. Der Flughafen von Wagadougou liegt nahe der Innenstadt. Zwar gilt auch der Flughafen in Bobo de Lazo als international. Flüge aus Europa kommen aber nur in der Hauptstadt an. Mit der Bahn es fahren zwei Züge wöchentlich nach Abidjan in der Elfenbeinküste über 1260 und Raute X00A0. K.M. Abidjan, Pfeil nach links und rechts, Bobo de Lazo 818 und Raute X00A0. K.M. Bobo de Lazo, Pfeil nach links und rechts, Wagadougou 379 und Raute X00A0. K.M. Konzessionär ist die Firma Citaril. Die Fahrt, es gibt nur eine Klasse, kostet 30.000 und Raute X00A0. C.F.E. und dauert normalerweise deutlich über 36 Stunden. Eine Verbesserung der Meterspurstrecke ist seit 2017 geplant. Mit dem Bus am Rande der größeren Städte gibt es von großen Transportunternehmen betriebene Busbahnhöfe für Fernreisende. Das schlägt sich entsprechend im Preis nieder, aber dafür sind das dann Reisebusse mit Klimatisierung und Verpflegung an Bord. Die großen Reisebusse fahren meist pünktlich. Es existiert eine Art Buchungssystem, mit dem sichergestellt wird, dass man auch einen Sitzplatz bekommt. Auf der Straße treibt Stoffe und Preise kontrolliert der Monopolis Zona Pi, von den zugelassenen Wiederverkäufer aller Arten Mineralöl erwerben müssen. 2018 kostete ein Liter Benzin ca. 650 und Raute X00A0 C.F.E., diesel war für 560 C.F.E. geringfügig billiger. Nur etwa die 3050 und Raute X00A0 K.M. Nationalstraßen, der gut 17.000 und Raute X00A0 K.M. Landstraßen sind geteert oder geschortert, zusätzliche 3000 und Raute X00A0 K.M., sodass Fahrten während der Regenzeit erschwert werden. Es gibt weitere 48.000 und Raute X00A0 K.M. Pisten. Ghana. Augehen von nach Wagadougou erreicht man auf der N5 zum Grenzebay nach Ghana. Die Zöllner sind auf beiden Seiten nahe beieinander. Am Übergang zwischen Nuntumu, Ghana, sind zwischen den Posten mehrere Kilometer Niemandsland. Der ghanaische Posten direkt an der Grenzebay ist seit Ende 2017 24 Stunden geöffnet. Die Burkini-Essietschi-Zollstation ist gut 200 Meter von der Grenze entfernt. Elfenbeinküste Auskommend sind es 31 Straßenkilometer bis zur Grenze. Burkini-Essietschi-Fahrzeugpapiere, Passavant, gibt es erst am Vor. Sampipe-Symbol Burkini-Essietschi und malische Stempel im Pass. Es gibt drei größere Grenzeübergänge zwischen den beiden Ländern, von Süd nach Nord sind dies. Mali. 1, die N1 geht aus der Hauptstadt 356 und Rauter X00A0. KM bis. Hier zweigen die Hauptstraßen in Richtung Mali, N9, zur Grenze bei Faramanna bzw. Elfenbeinküste, N7, ab. Richtung Mali fährt man bis Koloko. Gut anderthalb km nach der Moschee kommt man zur und einem Polizeiposten. Zur eigentlichen Grenze sind es noch gut zwei Kilometer. Die Malische ist direkt dort. Die Fahrzeugpapiere erhält man auf der anderen Straßenseite. Der Zollposten ist ohne übersehbar 100 Meter weiter. Die Straße bis ist nun ordentlich asphaltiert. 2, von Bobo de Lasso geht es in nördliche Richtung auf der N9 nach nahe der Grenze. Der malische Grenzort heißt Sona. Die nächste größere Stadt ist. 3, weiter im Nordosten ist ein Grenzübergang auf der Fernstraße zwischen und dem malischen, von wo aus die Weltabbestätten von Diene oder die Falese der Undiagara zu erreichen sind. Dies ist allerdings eine Gegend vor deren Besuch international seit 2011 gewarnt wird. Die Formalitäten erledigt man nicht an der Sona in den jeweils etliche Kilometer entfernten Grenzdörfern, in Mali am Ortsrand von Koro. Auf Burkini-Scher Seite kann man zur Not ein Visa und Arrival. Diese sind im Januar 2018 aber mit 90.000 bis 120.000 CFE vergleichsweise teuer. Sinnvoll ist es für die ganze Strecke einen Wagen mit Fahrer zu mieten. Es gibt allerdings auch Busse zwischen Mopti und Urhiguja. Nach Niamé im Niger fährt man aus der Hauptstadt 404 und Raute X00A0-KM auf der N4 über Kanchari, wo die für Selbstfahrer stattfindet. 17 Kilometer zum Übergang nahe. Niger. Von der sind es etwa 20 Minuten Fahrt zum benenischen Grenzübergang nahe. Benin. Hierher gelangt man von. Beachte, dass der dortige Gare-Raut ihre 3,5 km außerhalb ist, die besseren Busse jedoch in der Innenstadt abfahren. Steff fährt 2018 tagsüber alle zwei Stunden und klimatisiert für 5000 CFE nach Urga. Rackieta, e.t.v. Mobilität in der Stadtmitte kann man in kleineren Bussen, Autos oder auf LKW-Ladeflächen, Achtung Sicherheit, mitfahren. In Wagadougou gibt es die grünen Taxis, die zu man zu einem geringen Betrag ca. 300 und Raute X00A0. CFE-Frau mit anderen Leuten teilen kann. Wenn man es eilig hat, ist es auch möglich, ein Taxi alleine zu mieten. Es empfiehlt sich die Preisabsprachen vorher zu machen. Um im Land zu reisen, kann man entweder ein Auto mit Fahrer mieten oder kostengünstiger mit Reisebussen, die von Wagadougou die größeren Städte anfahren und in den jeweiligen Zielorten mit Moped oder Privattaxis. Das intrastädtische Busnetz ist gut ausgebaut. Einfachere Busse sind meist chinesische Fahrzeuge aus zweiter Hand. Die Benutzung klimatisierter Fahrzeuge ist insofern auch sinnvoll, weil man am Ende der Fahrt nicht vollkommen vom Lateritstaub überzogen ist. Busch-Taxes heißen vor Ort Kbaka. Sprache in Burkina Faso gibt es rund 60 Sprachen. Die wenigsten im Land sprechen Französisch. Deshalb ist die Entwicklungsarbeit schwierig bei 60 verschiedenen Sprachen. Es wird empfohlen, sich einen Führer zu nehmen, auch vor Ort möglich, um zu übersetzen. In Burkina gibt es rund 60 Sprachen. Keine Dialekte. Es gibt sechs Amtssprachen. Mori, Djula, Tamatschek, Bissa, Fulfulde, Französisch. Kaufen Burkina Faso gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Billig ist Reisen dort trotzdem nicht, da es politisch gewollt ist den CFE-Fran der westafrikanischen Währungsgemeinschaft überbewertet im festen Wechselkurs zum Euro zu halten. Ein Euro entspricht 655,957 und Raute X00A0. CFE-Fran. Man sollte darauf achten, immer Kleingeld dabei zu haben, da selten ausreichend Wechselgeld zur Verfügung steht. Das Nettoeinkommen von 95% der Bevölkerung beträgt 17.000 CFE, also unter 1 Euro pro Tag. Beliebte Mitbringsel sind Handgewebte Baumwolldecken aus Dori Kunst- und Kunsthandwerk, Masken, Batikstoffe aus ganz Westafrika auf dem Seeu bzw. dem Village Artisanal Honig landesweit Naturbelassene Shea-Butter-Karite Trommeln-Djembi Lederwaren in Kaya Damaststoffe und Bogorlein Masken Küche Die Küche ist bis auf wenige Restaurants eher einfach. Snacks am Straßenrand kosten einige hundert CFE. Eine einfache Mahlzeit ist 2017 mit 2000 und Raute X00A0 CFE zu veranschlagen. Typische Gerichte sind weitgehend geschmacksfreier Thu, Hirse oder Maisbrei. Diesen gibt es mit gut gewürzten Soßen. Er wird mit der rechten Hand zu Kugeln geformt in diese getunkt. Ansonsten findet man Ritzgras, Sünn, Wohlauf-Freis oder V-Foodig-Name. Atike ist geriebener, vergorener Maniok-Brei, ein Gericht, das aus der Elfenbeinküste stammt. Aloko sind frittierte Kochbananen. Fleisch und Geflügel sind oft zäh, aber sehr schmackhaft. Den Soßen wird gerne mit Baubabblättern oder Okraschoten, Gombo, eine für den europäischen Geschmack ungewohnt viskose Konsistenz verliehen. Typische Gewürze sind Chilis und Sohumbala, vergorene Früchte des Nehrebaums. Fleisch wird überall angeboten. Meistens ist es Huhn, das es in allen möglichen Variationen mit Soßen oder einfach gegrillt oder gebraten oder mariniert mit Knoblauch, Pulea Leil, sehr zu empfehlen, gibt. Gegrillter Fisch, Tilapia, ist in vielen Regionen fangfrisch zu erhalten. Als Delikatesse unter Einheimischen gelten die Chines von Bobo. Das sind Raupen, die gegrillt werden. Für Touristen gibt es neben der lokalen Küche zahlreiche Restaurants. Asiatisch, Arabisch, Französisch. Dolo ist das lokale Hirsebier. Alkoholische Getränke findet man überall zu günstigen Preisen. Ein lokales Bier, 0,5 und Raute X00A0, L, kostet ebenso wie anderthalb L Trinkwasser um 1000 und Raute X00A0, CFE. Importware, 0,33 und Raute X00A0, L, 1200 und Raute X00A0, CFE. Örtliche Brauereien der Castell Group sind Brachina Marke Fleck und Sobobra. Nachtleben in den großen Städten Oaga und Bobo gibt es eine Vielzahl möglicher Aktivitäten, Musikveranstaltungen, Kino, Discos. Auch in den Provinzstädten gibt es oft einen Pavillon für Konzerte. Prostitution ist nicht verboten, so hält Dereich schon. Prostitution ist bei Einheimischen aber vor allem bei Ausländern landesweit verbreitet. In Wagadougou gibt es Bars, die für alle Schichten von Ausländern sehr beliebt sind. Leider spielt hier auch Pädophilie und Gewalt eine Rolle, da lokale Prostituierte in Burkina keinerlei Schutz haben. Sedenteires warten vor ihrer Haustür auf Kundschaft, Trotteuses sind Bordsteinschwalben. Angesichts des HIV-Risikos sollte man derartige Aktivitäten überdenken. Unterkunft in den größeren Städten gibt es von einfach bis luxuriöse viele Hotels. Die Preise können allerdings schnell um die Euro und Traute X00A0 30 pro Nacht oder auch mehr betragen. Wenn eine Rundreise geplant ist, empfiehlt es sich vorher über Übernachtungsmöglichkeiten zu informieren. Reservierungen für einzelne Personen sind meist nicht nötig. Wer es simpel und billig mag, kann auch in Diözesen übernachten. Feiertage in Burkina Faso werden folgende staatlichen Feiertage begangen. 1. Jan Neujahr 3. Jan Tag der Revolution 1966 8. März Internationaler Frauentag 1. Mai Tag der Arbeit 5.6 Aug, Unabhängigkeitstag 11. Dezember Ausrufung der Republik Seit 2016 gibt es der 31. Oktober als Gedenktag der Märtyrer, das heißt der Toten des Putsches 2015, 2017 ausgeweitet auf alle Putschopfer sowie den Toten des antiimperialistischen Aufstandes 1.915 Sechstel An katholischen Feiertagen begeht man Osterson und Montag, Christi Himmelfahrt, 15. Aug, Marie Himmelfahrt. 1. November, Allerheiligen sowie Weihnachten Basierend auf dem muslimischen Mondkalender begeht man das Ende des Ramadan am, das Märtyrer-Opferfest beginnt am, dem 10. Dual-Hedger Sicherheit Notruf, Telefon, und Raute X00A0, 17 oder, Telefon, und Raute X00A0, 1010 Es bestehen die in der dritten weltweit verbreiteten Fotografierverbote militärischer und Infrastruktureinrichtungen, die auch durchgesetzt werden Eine Liste hält die deutsche Botschaft in Wagadougou bereit Offiziell vorgeschrieben ist eine Fotoerlaubnis des Ministères de l'Administration Diese ist aber nicht mehr notwendig Die Burkina sind aber meistens gegen Fotos Man sollte auf jeden Fall vorher fragen Es gibt drei Arten Polizei, die paramiliterische Gendarmerie, die auch Straßenkontrollposten bemannt, die Belize Nationale und in den beiden großen Städten als Verkehrspolizei die Belize Municipale Es gibt wenig Kriminalität in Burkina Man sollte jedoch keine Reichtümer zur Schau stellen, keine ungefragten Fotos machen und sich angemessen kleiden Es gibt keine religiösen Konflikte Die Burkina sind sehr tolerant Es gibt keine Einschränkungen durch die muslimische Bevölkerung Einige Regionen sind aber leider inzwischen zur Roten Zone aufgrund des Terrorismus, ISIS, Al-Qaeda deklariert worden Man sollte auf keinen Fall in diese Zonen reisen Manche tun das noch immer Aber damit unterstützen sie leider den Terrorismus durch Lösegeldzahlungen und gefährden ihr Leben, aber vor allem auch das Leben anderer Auf den Landstraßen im Osten und Südosten gibt es Überfälle Man sollte sich vorab informieren Gesundheit Die Gefahr, an Malaria zu erkranken, ist groß Prophylaxe oder Standby sind wichtig Letzteres ist auch vor Ort erhältlich Es kommt aber zu Engpässen und es gibt Fälschungen Es ist ratsam von zu Hause Malaria-Prophylaxe und Therapie mitzubringen Zur Vermeidung von Durchfallerkrankungen oder schlimmeren sei kochen, schälen und desinfizieren empfohlen Insbesondere in den ersten Tagen nach dem Klimawechsel sollte man sein Immunsystem nicht überfordern Wichtig ist, sich immer mit ausreichend Trinkwasser, Olafie, einzudecken Dies ist landesweit zu erhalten Manchmal wird gefiltertes Wasser angeboten, das aber auch nur geübten Reisenden zu empfehlen ist Mindestens sechs Wochen vor der Abreise sollte ein Tropeninstitut besucht werden, um nötige Impfungen vorzunehmen Die Gelbfieberimpfung ist für die Einreise nötig Und um sich über andere Vorsorgeimpfungen und Medikamente für die Reise zu erkundigen Dringend zu empfehlen sind die Impfungen, Tetanus, Polio, Typhus, Hepatitis, eventuell Tollwut und Meningitis für Reisen im Frühjahr Das Dengue-Fieber breitet sich auch in Burkina aus Übertragen wird es von tagaktiven Mücken Es ist wichtig, sich vor Mückenstichen zu schützen Die HIV-Infektionsrate ist von 6,4%, 1999, auf 0,8%, 2016, gesunken, lag aber für Prostituierte noch bei 16,2%, 2016 Vor allem Ausländer tragen derzeit wieder zu einer steigenden Infektionsrate bei, da sie mehr Geld für ungeschützten Verkehr anbieten Klima Die Durchschnittstemperaturen liegen während eines Großteils des Jahres weit über 30 Grad Celsius Es gibt drei Klimazonen Dieser Hehlzone, heiß und nachts kühl Wagadougou, heiß und trocken, der Süden weniger heiß aber schwül Die Regenzeit geht circa von Ende Juni bis August Durch den Klimawandel verschieben sich die Zeiten In der Regenzeit kann es zu massiven Überschwemmungen kommen, vor allem im Westen Die heißesten Monate sind gegen Ende der Trockenzeit in den Monaten April bis Mai Hier kommt es zu massiven Stromausfällen und die Temperaturen steigen bis 46 Grad Respekt in Burkina Faso gibt es nicht nur circa 60 verschiedene Ethnien, sondern auch drei vorherrschende Religionen Dies sind der Islam, der Animismus, Naturglaube, und das Christentum Das bedeutet, dass ein Großteil der Bevölkerung Fotografiertätigkeiten von Touristen und Besuchern sehr ablehnend gegenüberstehen Grundsätzlich sollte man die zu Fotografierenden fragen und nicht einfach drauf losknipsen Die Burkina sind selbst auch bei hohen Temperaturen meist förmlich bekleidet, zu luftige Kleidung Strandkleidung wird tendenziell als Affront empfunden Empfohlen sind leichte Blusen, die die Schultern bedecken und Hosen oder Röcke, die übers Knie gehen Für Männer empfehlen sich Hemden oder T-Shirts und lange Hosen In der Freizeit können Sandalen oder Flipflops getragen werden, bei Terminen aber immer geschlossene Schuhe Praktische Hinweise in den Städten ist die Versorgung mit Strom und, nicht trinkbarem, Wasser gut Wer über Land reist hat in Wagadougou nicht allzu viele Möglichkeiten Einreiseerlaubnisse für Nachbarländer zu beschaffen Festnetzbetreiber ist Onatel, Marock Telekom 2016 hatte etwa 4% der Bevölkerung Internet, mit DSL-Geschwindigkeit angeboten von Fasonet Man kann 2017 Surfsticks für 40.000 und Raute X00A0 CFE kaufen Man kann Sticks für 5.000 CFE kaufen Telefonie Mobilfunkbetreiber, 2018 alle 3G, sind, RTL, Orange, mit der besten Abdeckung, Telemob und Telezell, Marock Telekom